In der Pyramide des Menkaure laufen wir herum und sind hier um zu stören, würde ich sagen. Also was können wir denn hier eigentlich einsammeln? Was ist denn das für Munition nochmal? Ich kann mir das nie merken und ich werde es mir auch nie merken. Versucht es gar nicht erst. Ich glaube es ist Uzi-Munition. Diese ganz normalen grauen Riegel. So, dann gucken wir doch mal, wo wir hier rumklettern müssen. Jedenfalls, ich kann es ja fast nicht glauben, aber wir sind im letzten Drittel, glaube ich, oder vielleicht auch sogar noch nicht ganz. Vielleicht erst bei der Hälfte des letzten Abschnitts des Spiels. Da ist so ein Hebel, kann ich da dran? Irgendwie kann ich da dran springen, Lara? Kann ich das? Beziehungsweise kannst du das? Ne, kannst du nicht. Wieso denn eigentlich nicht? Oh, Menno. Geht ja schon wieder gut los. Ich sehe aber jetzt gerade gar nichts anderes, was wir hier machen können mal wieder. Das geht bestimmt. Ich habe nur falsch gestanden wieder. Und dann denke ich, ach, das geht ja gar nicht. Gehe ich mal woanders gucken. Dann ging es doch. Ist doch immer das Gleiche. Ja, da war es gerade. Da war es doch gerade. Sie hat sich doch gerade so halb festgehalten. Oh Mann, ich hasse sowas. Da, da klebte sie doch gerade an der Decke. Boah, komm schon. Das wird ja wohl gehen. Ne, geht aber nicht. Ich habe jetzt wirklich alles versucht. Also es geht dann einfach nicht. Gehe jetzt einfach mal total naiv davon aus, dass es nicht geht, nachdem ich es zehnmal versucht habe. Jetzt weiß ich aber dafür nicht, was wir dann hier sonst sollen, weil hier ist ja nichts. Hier ist ja nur dieses Loch und hier geht es wieder zurück. Ja. Na super. Ist das jetzt euer Ernst? Ich gehe zwei Meter und es geht schon wieder nicht weiter. Da ist diese Klappe da oben und da ist doch... Warte mal, ich versuche mal was. Ich drehe mich mal andersrum. Vielleicht geht es dann. So. Ne, so schon mal nicht. Ja. Okay. Alles klar, wir haben es. Sehr schön. Und jetzt geht es anscheinend wieder nach draußen. An... Und wir können uns den wunderschönen blauen Himmel ansehen. Boah, was zur Hölle? Boah. Okay. Wie seine Beine durch den Boden gehen. Ich mag keine Skorpione. Die sind... mir unheimlich, weil sie im November geboren sind. Aua! Hör auf! Er hat mich vergiftet, Mama. Och Mann. Okay, ich bin aber richtig krass vergiftet gerade. Ich würde gerne erstmal vor dem Weg laufen, bevor ich... Oh, ich... Okay. Ist gar nicht unfair. So, danke. Und jetzt bitte nochmal... Achso, man bleibt vergiftet. Ne. Was sind das für Geräusche? Okay, ich werde jetzt mal... eine andere Waffe benutzen. Wir haben ja Uzi-Munition eingesammelt. Okay, der eine ist tot. Es sind zwei. Es sind zwei. Entzonen ist nichts, Leute. So. Okay, jetzt müssen wir wieder ein Medi-Pack nehmen. Alles klar. Und wir heben das Große auf. Boah. Okay. Ich sehe wieder normal. Bin nicht mehr auf Magic Mushrooms. Was haben wir denn hier? Hier geht es mal wieder irgendwo zum Abgrund. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sehe immer noch was komisch verschwommen. Oh, das ist glaube ich Einbildung. So. Ähm. Da ist ein Abgrund. Hm. Kann man denn da oben drauf irgendwie vielleicht? Ne. Das bringt nichts. Also ich sehe jetzt bei dem Abgrund erstmal nichts, wo man da auf den ersten Blick... Ah, hier ist nochmal Revolver-Munition. Äh, wir gucken uns erstmal noch in den anderen Nischen um. Hier hatten wir glaube ich das Medi-Pack bekommen. Und hier war die Klappe. Ne, wir haben nichts. Wir können eigentlich nur über den Abgrund irgendwie. Speicher mal. Man könnte jetzt versuchen... Okay, das hat nicht geklappt. Irgendwie müssen wir da ja rüber. Ah, vielleicht so. Jawohl. Gibt es auf der anderen Seite auch was? Ja. Gucken wir uns da doch erstmal um. Boah, das ist aber auch knapp. Mensch, Mensch, Mensch. Erwartet ihr ja schon, dass noch ein... Ja. Ich wollte es gerade sagen. Noch ein weiterer Riesenskorpion. Gut, dass wir die Ozean-Munition gar nicht verschwenden. Aber wir müssen wir wohl. Sonst kriegen wir den ja nie tot. Was für ein komischer Abschnitt schon wieder. So, jetzt sind wir einmal hier drum rum gelaufen. Also die andere Richtung wäre... Letzten Endes dasselbe gewesen, offenbar. Ähm. Also müssen wir hier weiter. direkt mal speichern. Was eine Odyssee. So, wo sind wir jetzt? Oh, hi. Oh, nein. Direkt laden. Was für ein Laden, wo man ständig laden muss. Wieso sollten diese... Okay. Wieso sollten diese Käfer oder so eigentlich aggressiv sein? Ich versuche mal jetzt, mich nicht vergiften zu lassen. Okay, schon zu spät, glaube ich. Och, nee. Ich glaube, unsere Ozzis sind leer. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Komm schon. Nein! Jetzt hat er uns doch noch vergiftet. Shit. Verfluchter Mist. So, da geht's erst mal so auf den ersten Blick nicht rauf. Hier können wir aber rauf. Ach, jetzt kommt die Sache. Das habe ich... Daran kann ich mich noch erinnern. Das war auch hervorragend, diese Stelle. Ähm. Dass man hier... ...auf diese komische Pyramide raufklettern musste. Und irgendwie keine Ahnung hatte, wo... ...der richtige Weg ist. So, hier rutscht man, glaube ich, runter. Hier kann man drauf. Nee, kann man nicht. Na, super. Ja, ja, danke. Okay, nochmal. Hier hoch. Lara. Hier hoch. Dann konnte man... Ja, aber... Dann geht's ja nicht... Ich hab ihn wieder falsch. Das sieht halt immer so aus, als könnte man da drauf. Ich hab hier nix für. Nee. Da auf der Ecke kann man, glaube ich, auch stehen. Hm. Hm. Ja, keine Ahnung. Ähm. Nee, das ist nicht möglich, irgendwie. Dann gucken wir mal hier hinten in der Ecke. Vielleicht ist ja da der richtige Ansatzpunkt. Nee, hier kommt man ja gar nicht erst hoch. Da ist aber auch noch so eine Ecke. Nur wie kommt man da hin? Hm. Schön aussehen tut die ja, die Pyramide. Wie gefällt mir das? Hm. Aber... Das bringt uns ja nix. Schönes Aussehen hat noch nie... Doch. Aber... Ähm... So. Och, Menno. Hier kann man doch stehen, oder? Nö, nö. Kann man auch nicht. Kann man da irgendwo drauf stehen. Vielleicht muss man auch da lang. Erstmal. Können wir ja mal versuchen. Wir können ja mal probieren, ob wir hier so eine Rutschpartie machen können. Erfolgreich. Jawohl. So. Okay. Ja, der hat nicht so Bock zu sterben. In den muss man erstmal 20... Patronen reinpumpen. Können wir die Tür aufmachen? Ja. Äh, wat? Och, nee. Können wir den wohl retten? Nun, sieht nicht so aus, was? Allah sei gepriesen. Einen Moment lang habe ich geglaubt, ich sei so gut wie tot. Bitte zu ihrer eigenen Sicherheit. Nehmen Sie diese Schlüssel und verstecken Sie sie in der Pyramide von Menkaur. Und hüten Sie sich vor diesen Scheusalen. Oh, okay. Okay. Muss gerade mal lauter machen. Äh, wir sollen einen Schlüssel... Waffenkammer-Schlüssel sollen wir verstecken. Okay. Äh, keine Ahnung warum und wieso. Wir tun es einfach mal. Der arme Mensch hat ja seinen letzten Wunsch geäußert. Den sollten wir ihm nicht abschlagen. Denn wir sind ja lieb und so. So, da hinten ist noch Munition. Der hat sich bestimmt hier drin verschanzt und dann kam dieses Vieh und hat ihn weggetötet. Da ist noch mehr. Ja, ich sehe schon, wir werden schon wieder mit Items Folge schmissen. Wahrscheinlich, um uns auf den Endkampf vorzubereiten, der ja hoffentlich bald kommt. Da liegt noch was. Das ist noch ein kleines Medipack. So, wo geht's jetzt wieder raus hier? Okay. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir zur Pyramide? Nochmal speichern. Wahrscheinlich, hier kann man bestimmt rüber. Ah, wobei das könnte... Können wir da wohl hochklettern? Nee. Das könnte zu weit sein. Ja. Ist es. Hier an der Ecke ist... Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich da rüber kommen soll. Aber ich glaube, das müssen wir auch gar nicht. Denn da hinten kommen wir auch von hier wieder hin. Oder? Gönnen sie uns einen Rückweg. Warte mal, kann man da eigentlich runter? Es sah gerade gar nicht so tief aus, aber vielleicht habe ich mich auch verguckt. Äh, okay. Ich habe mich verguckt. Ähm. Ist das Rückweg geeignet? Ich glaube nicht, oder? Ich wüsste nicht, wie. Seitlich höchstens. Das ist nicht weit genug. Nee, wie soll das denn gehen? Boah, ich hasse es ja, ne? Ich hasse es ja, wenn man irgendwie stundenlang gucken muss, wie man überhaupt zurückkommt und sowas. Wie man sich so Wege erschließen muss. Sowas mag ich irgendwie nicht. Wenn man dann irgendwie überhaupt nicht weiß, wo man nämlich draufspringen muss, dass man nicht stirbt. Boah. Ja, ich habe keine Ahnung, wie wir hier jetzt wieder wegkommen. Also das hier bezweifle ich, dass das irgendwie rückwegfähig ist. Und über diesen Abgrund kommen wir auch nicht drüber. Und in dem Raum ging es auch nicht weiter. Es sei denn, ich habe wieder irgendwas übersehen. Da gucken wir gerade mal noch. Aber. Denke eher nicht. Ich meine, hier kommen wir ja nicht durch. Da ist zwar das Viech durchgekommen. Da kommt zwar ein 3 Meter großer Skorpion durch, aber Lara kommt da nicht durch. Die ist ja auch viel schlimmer als ein 3 Meter großer Skorpion. Nee, vergiss es. Ach. Ja, hier ist nichts. Kannst vergessen. Kannste vergessen. Kannste vergessen. Hier sind nur Stühle. Und diese Platte glaube ich jetzt auch nicht, dass die irgendwas kann. Nö. Der Waffenkammerschlüssel. Ja, keine Ahnung, warum wir den überhaupt gekriegt haben. Was jetzt so wichtig daran ist. Ich meine, wenn der Erzfeind an Waffen kommt. Ist ja nicht so schlimm eigentlich. Viel, viel wichtiger ist, dass die Keks, der Keksvorrat vor ihm versteckt wird. So, ähm. Ich möchte gerne jetzt darüber. Wie geht das? Kann man sich hier irgendwie langhangeln vielleicht? Hm. Ich glaube auch nicht unbedingt. Ja, das dauert mir jetzt so lange. Ich melde mich wieder, wenn ich weiß, wie es wieder zurückgeht. E a du stattdessen. Und wenn ich mich wieder überprüche sitze,rioche, da war UserION.